Ja sicher! Let's go! Lego! Der Stream ist live! Ja, wenn auch ready, ne? Genau, wir sind auch ready! Hallo und herzlich willkommen bei den Warpity Warriors! Ich hoffe, das Stream geht alles! So Major! Mal gucken in den Tor! Ja, warte! Geht da schon mal gut los? Ja, du kannst Echo spielen, Major! Bakery! Kann ich mal machen? Ja, kann mal einer bitte gucken, ob das Stream live ist? Ich habe irgendwie, normalerweise zeigt der OBS unten an. Ich dürfte eigentlich eine Benachrichtigung kriegen, wenn ja. Ich habe keine. Geh mal auf den Kanal. Also ich meine, verzögert ist es ja eben ein paar Sekunden. Ja, wie muss ich nehmen? Castle, ne? Keine Benachrichtung. Ich versuch das mal ganz schnell. Nebenbei noch. Ne, ich mach das mal nicht, sonst... Mach du mal bitte, Robert. Ja. Halb. Also noch ist offline, aber es ist ja eh ein bisschen verzögert, ne? 3 Minuten waren das auch nicht. Ja, jetzt fängt er auch an, irgendwie was zu übertragen. Stimmt dich. Ach ja, ich habe auch eine Minute Delay eingestellt. Das erklärt's. Okay. Dann lass uns Feuer machen, Manners. Ja, sicher. Feuer, 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 Feuer. Ja, ja. So. Und sie hat beendet. Groen Richtung Lounge und eine beim Kamin. Lesezahl war auch mit... Lesezahl war auch mit Ronald. Also bitte aufpassen für die Leute im Kompass. Das ist natürlich auch optimal hier in einem kompletten Kaltstart. Wird gestreamt von uns. Und dann machen wir mal von dem, der es nicht am ansehnlichsten spielen kann. Gut. Das ist ja jetzt Quatsch, Mai, ne? Konzentration. Ähm, wollen unten rein. Unten Lobby, drohen sie. Ja, das Bug ist schon drin, ne? Will den Dropper aufmachen, dann kommt er es gleich. Lobbycam ist down. Bitte nächstes Mal das Abwehr erst so stellen, dass man das nicht vom Dropper kriegen kann, Robert. Gut, schon gedrohend und alles. Hm, Max und ja noch. Junge, die haben Drohnen ohne Ende gerade. Robert noch Drohnen-Modellseil. Mal gucken unten auch. Ja. Sompassbettfenster. Shit. Ich muss auch Kompass aufgeben. Ist schon so offen, ja. Mh. 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 Besten Set. Mh. 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 Westsense. Mh. Mh. Schwierig. Flash jetzt vom vorderen Büro im Kompass. wohngang halle unten abtausch schön alles gut ish offener gang hibana richtung modell wahrscheinlich hauptpropo oh vorderes büro tetscher drinnen vor kompass kommt offener gang hibana shit ja robert irgendwie nächstes mal vielleicht zu zweit laufen und unten rohm ja das war ich am anfang aber es kam sofort drei drohnen auf mich zu naja deswegen zu zweit meine ich das war aber auch ärgerlich dass ich da wieder den abtauschen und krieg mit ash das war echt bad war das nicht thatcher äh sledge ne ich hatte ash ne die bahner hast du nicht ne ne ich werde euch ab wo ihr zusammen durchpust ne oder ich werde es ab wo ich mit robert pusten soll meine drohne steckt auch hier ich habe meine ruder ne ich habe ich habe ich habe ihr beide zusammen dann droht ihr ja genau also hier geht launch rein einer von euch launch die cam dann hinfahren sobald es geht das mache ich gleich genau ich komme da mit der drohne beziehungsweise genau ich komme da mit der drohne beziehungsweise aber die haben bei mir gebastrapt launch sieht frei aus okay robert pusten kiche ist auch frei ich habe audio ja jäger launch drinne vor dem fenster habe ich habe abgestimmt ich hoffe ich bin guter leer gerade küche auch frei model hauptbüro leer vateres büro auch leer ja kommt nach kenne auf den oder steht clay ja mhm bandit ist kompass drin ne drohne down kommt nach neins durchs büro ja ich habe schon wieder rauchgranaten mitgenommen aber erinnert erinnert mich mal bitte gleich dran das zu ändern drohne einmal büro kein Lapp mit Rat Bibo meinungs spiel mit Mira hier ich weiß einmal kette bitte bei Mira beim King beim King ja mein Ding kann ich zünden ich habe ob der stream ruckelt schon wieder so kacke kann man reingucken ob das nur bei mir so ist und von unten du musst du irgendwas machen ich dachte mehr habe ich nicht hinter der bombe und links selber spot ich nehme statt kasse weg wie platziert kems und hoffen der gang wobei du nicht gelaufen eigentlich habe ich nicht ruckelt oder bei mir ja vielleicht ist es auch hier im im spiel ruckelt Mario dann mach auf also nee nee nicht im spiel nicht nicht im spiel um nur das was er mir halt als vorschau zeigt Entschuldigung morgens scheiß allergie alter schießt smoke auf oder soll ich mit C4 aufmachen das aufschießen sie gucken nicht dass kommt was wieder von back von unten zurück wird schon gespottet hier ist ein cam eine habe ich wer war das eben war es ich weiß es nicht kamin steht eine drohne ja haupt berlin magst du schwarzes auge 3 ist weg die drohnen gerade lese also unter es zimmer ach quatsch nicht mein gott diese kurs heute schwarzes auge 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 bis zum glän nebenherum wie zu dir ja sie ist beim tisch hälfte jetzt schon noch draußen kommt jungs 50 sekunden müsste durchhalten ich weiß wo die bahne unten die haupt eingang es braucht man verschiebt es kann ja die wollen westfenster rein der war auch unten das ist echt heftig gerade gewesen bisschen mehr quals dann mit in der entscheidenden phase wo die leute sind ich wusste auch gar nicht dass ich gerade alleine war das muss dann muss der kolkommel gefallen ich hatte nur call hibana unten die habe ich gezogen und gucke ich natürlich nach oben weiter wenn ich mir nicht sagt dass noch was unten ist konnten wir nicht wissen nehmen wir einen schäfer nicht bitte wir gehen das bieten wir nicht zu null ab jungs ist mit ihr wissen das heißt wir gehen jetzt wollen jetzt bitte alle um zu einer gucken ob die liebe sind mutter ich übernehme wir gehen klassenzimmer rein drohen lassen zu messen und in bewegung wahrscheinlich über küche nach hinten weg endet gerade launch auf einer gang jäger face rape unten und der hauptgeruch jäger ist jetzt unten bei der lounge fixiert sich auf meine kamera kameras tut aber klassenzimmer rein obere bivo ist leer unterer auch oder das büro wir haben im ihrer fenster hauptbüro zu vorderes büro machen wir auch alles gut wir gehen rein müssen aufpassen ich kann es wahrscheinlich letzter haben wir auch von gehört um die mobilität und nicht zu spüren bleiben auf einem spot so Petra nachkommen wir machen ihre fenster auf wir sind direkt verschwinden unten war erstmal flüchtig leer unter euch ich verschiebe ein bisschen und machen paar fenster auf jäger launch hat mies hits sagt ob das das mira fenster wenn es jetzt offen ist sowas in der core lauten mira fenster ist offen pass auf stand vor nur den fisch hier war es tot ne wow bisschen mehr druck reinbringen wenn es nicht tut calls meint das wo steht was braucht ihr ein termite thatcher bei dem 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 Teil 3 6 8 5 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 Ja, alles gut Jungs, aber bitte irgendwie Sachen, wenn so ein Mira Fenster aufgeht von den Gegnern, sowas bitte immer kommt, ich wollte es gerade wieder aufmachen mit Tibana, weil wenn es zerschossen hat, dann auf einmal bin ich tot, weil es Mira Fenster offen war. Ja, ich fehlen dann voll. Halt die knappe Schicks. Katze. Sorry, aber Echo kann ich nicht nehmen, die Waffe ist zu schwach einfach, wenn ich dann eins gegen vier stehe. Ah, wir wollen mal gucken. Ich finde es, dass wenn wir mal da unten alles aufmachen, Robert. Alles fängt da unten. Hmm, ich werde versuchen. Es lag immer noch rein, warum geht es mit dem Step nach links? Buck kommt gleich wieder in Lobby rein. Wir schießen Oberlicht auf. Buck auch lag. Ihr müsst die Türen schließen, Männers. Das hab ich nicht gesehen. Messfenster offen. Reloading! Schon drei Leute angeschossen. Haben dich gedrohnt, Max. Drohnen Schlitz. Pass auf. Einer ist drinnen. Unten. Unter Klassenzimmer. Ja, jetzt ist sie Lobby. Beim Tisch. Kriegt die auch nicht tot. Gut. Bug hat alles. Und schmalen. Ja, Bug wieder von unten im Lesezimmer. Hier. Du bist gleich. Der Börner. Oh. Oh, ist der Börner. Du wirst uns mal machen. Oh. 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 auf Okay. Injured. Nice. Da war noch ein Team mit dabei. Gut, der letzte war jetzt vielleicht auch nicht gerade besonders elegant. Aber wir sagen ja nichts. Also zu null für den Wölkern. Ein Größer, wenn es nach dem Geist spielt, könnte es auch sagen, wir wollen noch gewinnen. Wir müssen jetzt mal die Zwitspielen anstatt ins Netz. Klar. Also der Unterschied ist jetzt marginal. Nehmen wir jetzt mal ein besser Koordinier mit Puschen, bitte. Kann nicht mit die Bahner Puschen. Modell sind sie, ne? Achso, dann ist es wieder... Ne, ne, sind unten. Äh, ich kenne, wo wir waren. Können wir uns auch mal versuchen unten aufzumachen, Robert? Ja, können wir machen. Das hat ja eigentlich komischerweise sowieso vor. Als ich nicht mit euch Taktik machen wollte, aber ich habe es erstmal nochmal verborgen. Da eben eine Appadier, Major. Ähm, der steht unten. Ah, jetzt ist er weg. Hm, ich weiß, das Fenster sehe ich. Jetzt hat er... Nur ihn leider nicht. Ja, das ist er inspekt. Jäger ist... Jäger geht jetzt Richtung Oberlicht. Geht hin, Küche. Bitte Lounge, Drohnen und... Und Lesezimmer. Wuh! Ja. Jäger geht... Lesezimmer hat... Oh, schon wieder, hältst du, ich weiß. Jäger aimt in die Lobby. Lounge-Fall. Lese, war was. Vielleicht noch 20. Ah, Jäger kommt über Kiano. Aimt auf das Fenster, Robert. Ich setze zurück in die Küche. Ja, haut ab. Ich verfolge ihn. Ist immer noch in der Küche. Ja, meine Drohne ist kaputt. Ja, hier irgendwie jetzt mal was machen. Ja, jetzt halt von der Kopf-Tür. Ich krieg überhaupt keine Kreuz. Der Launch war immer noch frei. Ja, ja. Oben ist alles frei. Aber das juckt dich noch nicht, solange noch nicht oben drin bist. Ich kann die da nicht punkten. Ich kann schon ohne Call aus, das kriegst du dann. Ja. Ja, Longscope wird vorerst das Büro abgeendet von einem dicken Franzosen. So, selbst Mira kann das nicht kommen. Thatcher, Iwana, bitte. Thatcher kommt. Ich glaub nichts an. Ja, das ist genau das, was wir meinten. So weit er nicht. Ja. Aber wir können die da halt nicht pushen ohne Call out. Oh Männer, es ist viel, viel Arbeit liegt vor uns. Ich würde versuche, wenn wir irgendwie so sagen, wenn wir, also wir können nicht den direkten Call out bitte drunter und das Ding zahlen, nicht irgendwie mitdenken. Wenn wir sagen, lass uns mal unten aufmachen, das wir irgendwie dann auch unten Stress machen. Und wir irgendwie Call outs brösen, Nate to den, Nate to den, weil wir können nicht auf alles selber kommen als Angreifer. Welche Operator habt ihr denn beide nicht? Nur die Season Operator, sonst die normalen hab ich ja nicht. Dann spielt ihr ab sofort eine Thatcher, die Termite Combo, sprecht euch untereinander ab, ich nehm Hibana. Ja, dann kann Max mit pushen. Ja, dann kann ich natürlich. den post auf facebook gemacht das soll nicht so da kommt überlegen wir spielen mit nummern wann hat jan das letzte mal mit uns zusammen gespielt und wie lange spielt ja schon dings hat mir gerade geschrieben fünf minuten rauchen das fehler doch komplett an abstimmung ja ich bin auch gerade richtig dauer ich habe schon zehn stunden gearbeitet ich kann aber nicht mehr ich will gerade ehrlich gesagt wieder nur noch ins bett ich finde wir sollten unsere cds er versuchen irgendwie auf samstag sonntag zu legen ich bin unter der woche einfach im moment nicht wirklich abends noch gut in der lage zu spielen ja kann man mal gucken da ist ja eigentlich auch latte wenn sie sich mit dem bereich überschneiden mit dem bereichs gott also erstmal kommen ich bin auch froh wenn das erstmal ich muss sagen dass ich das war eine sehr anstrengende saison auch generell die letzten wochen ich bin froh wenn ich noch ein paar woche pause ist vorher habe ich auch was aber auch zeit und sind im truppen vernünftig einzuspielen und ja vor allem dann auch mal rainbow in gesunden maß zu spielen wo es nur spaß macht und muss nicht einfach training ist ich bin so schertig heute knapp zwölf stunden geschlafen ich bin schon wieder genauso dass ich sage naja ich bin gestern habe gestern am kopfschmerzen ich bin um acht ins bett gegangen und hab auch geschlafen heute sieben halb acht oder so ich hatte um zehn termine und wollte vorher eigentlich noch was schaffen habe natürlich vorher wieder nichts geschafft aber mir sollte eine arbeit in die hände gefallen da stand dann so von wegen berechnen sie das und das als antwort stand ja das berechnet man nach dieser formel die berechnung jedoch ist leider gescheitert zwar als antwort in dem test zum abgeben nicht so weggeschmissen weißt du was ich mal gemacht habe letztens unseren spanischen eine aufgabe gestellt die geschichte schreiben beschreiben und dann stand als nächster aufschreibe weiter habe ich weil ich hätte überhaupt kein plan was ich jetzt weiter schreiben soll das hat er gemerkt glaube ich ich habe es lustig dass diese ein punkten geben sonst wird seine bahn zu spät gekommen wie heißt denn ein spanisch lehrer schade wir hatten damals du bist aber nicht goethe das privilegiertes kind also ich will damit er jetzt nicht angeben oder so aber von unseren davon von meinen lehrern die ich damals in der oberstufe hatte sind mittlerweile zwei ich formuliere ich das jetzt schön wegen unzucht verknackt wurden also das war hammer der einer um mitten im unterricht dann so von wegen zu unserer absoluten granate aus der oberstufe die war bomben mäßig entwickelt musste ja echt sagen schon so der elften zwölften hast du gesagt das wissen geschossen wird auch eins bleiben ruft sie nach vorne und beugt sich über den lehrer tisch gibt ihr das meter lange tafel lineal und sagt ihr warum ich damit kaum hier auf den hinteren ich meine was das pädagogisch sinnvoll daran jetzt war das habe ich leider nicht erfassen können aber witzig war es nach ja sie geben das startzeichen auch gleich drei leute man kann es auch alle da muss habe ich trotzdem nicht also wenn das gesagt versucht wirklich so ein bisschen eure rollen zu erfüllen klar wir sind uneingespielt in dem top es muss ich jetzt alles erst wieder unter den neuen konstellationen finden aber trotzdem ergibt klare strukturen in so einem spiel und es muss dann auch vernünftig gedroht werden wenn irgendwelche ansagen kommen habe ich aber danke dass mich daran erinnern dass wenn ich auf die jibana gewechselt habe okay so kann das halt funktionieren also ich bin zwar fertig im kopf und dem geiste aber also ansagen folgende tatsche damals ihr saft eure drohne einmal in der küche und einmal an der stelle vor der küche damit die gucken kann man das bringe geht beide in die drohne sofort ich stelle meine drohne nach oben und gucke in die schlafseele oder lobby reicht auch mal oder oder lobby ich gucke mir irgendwie die lobby treppe anders da nichts hoch ihr habt nur den job zu gucken ob da was durch rennt und wenn da was durch rennt ist zu verfolgen max und robert rennen einfach sofort rein stumpf wie die tiere und klären erst mal die küche bis zur lobby durch wenn die da angekommen sind dauert das im idealfall 20 30 sekunden dann können wir arbeiten der bände des übrigens gerade schon richtung und er hat durch die wand an okay davon angelegt also wir haben puls der mal versammlungseinjopper gemacht erkläre mir jetzt nicht was er da gemacht hat aber nein meine drohne ist drauf gegangen er hat sie noch unter gesehen eine drohne bitte das sind sie mal jemand drin jemand schaut nach hinten auf dem weg ist der bände wahrscheinlich ist da die toilette küche war ist er bände unterwegs gerade in der gegend bis rechts rupert eine vorliegenden küche nicht hoch nicht ohne kaputt vor der küche richtung klassen weg küche hinten küche kühlschrank kühlschrank raus vorgang vor klassen zu machen gang versammlungshalle war auch noch eine haben bestimmte klasse klassenzimmer leer die garage auch leer ich schätze mal der ist oben kannst du aber nicht immer sagen hier geht die jäger versammlungshalle kommt jetzt ja geht die leitung nicht nach oben bleibt durchgehalten hier im auge ich drohen wir weiter oben oben bin ich schon dabei oben sieht wahrscheinlich aller wahrscheinlichkeit nach leer aus kinderschlafen muss ich noch gucken ist leer okay machen mit erstgeschoss über der treppe auf bitte dann die jäger ist immer noch oben da die jäger ist nicht runter sorry boah alter das habe ich gerade voll für menschen gehalten danke sehr hier sind versammlungshalle drin vielleicht große turm oder so ich komme mal wer unten ist ich drohne unten schon mir auf fenster die können auf dem dropper ziehen im c4 ja das sind alle unten unten ja versammlungshalle aufmachen ja ich weiß nicht ich war damit zu das machen oder so ich mach das schon ja die bahn einer jetzt im waschbereich der puls er hat glaube ich treppe ich habe keinen puls in der typischen ecke ok feuer männer ist los tätschern mit arbeit 20 sekunden ist kein stacheldraht auf der treppe weg gar nichts los smoken feuer 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 naja push von hinten wir haben keine chance nach vorne zu viel gas ich hab den defuser in der hand wenn das mehr druck bitte also ihr könnt nicht bei 20 sekunden auch in der drohne stehen genau versucht euch zu drohen wo die sind und dann einfach rein bei 20 sekunden scheiß drauf scheiß auf koordination aber holt die leute weg es ist nicht bereich ab eben genau die kommen nicht raus gepusht um euch zu holen und den letzten kill zu erkeilen die bleiben einfach auf dem spot stehen so wie damals abgesprochen ich nehme keinen echo die gehen eher auf kill als auf planten die haben noch nicht einmal geplantet willst du casteln? dann nehme ich irgendwas ne 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 ich nehme weiß es noch nicht lass mich kurz überlegen wir werden auch keine camps brauchen ich nehme einen dock wer hatte in eurem taktik-meeting mira? oh scheiße jaja ich fack das dauernd dass kevin die dings hat die operator noch nicht ich würde einfach nur dass die reihe das die operator nicht hat na gut dann kann man baustelle richtig gut verstärken die vertreibte sind 10 Sekunden 5 Sekunden die intersatoren der die 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 Ausmanzer sind aufgelöst! Der Dropper geht jetzt auf. Kannst du alles vom Schild aus sehen, ne? Es gibt kein Schild. Stacheldraht mit Englack. Ja. Der war frech. Ich muss ihn jetzt wahrscheinlich gleich lassen. Das ist ein Schild. Was ist los? Kann man nur laufen. Wir haben keine Camps. Nein, kann man nicht. Da kam grad Mystic. Ja, um... Ich dachte, die kriegen wir nicht mit. Oh Mann. Ich werde nicht fahren. Wir haben unten gewonnen. Das heißt, Baustelle spawnen, weil wir großer Turm aufmachen. Wir brauchen eine Bombe. Das heißt, auf großer Turm Camps sichern. Ja, hab ich. Die Sammlzelle hab ich. Okay. Ja. Ich stell trotzdem mal in die Küche. Ja. 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 Damit ist schon oben an der Treppe... Ich glaub der wir runterkommen. und treppe unten zum treppe kommt hoch muss zum treppen was hochgekommen ich weiß es nicht erst hochgekommen mehr weiß ich nicht noch ein weg muss dann hoch und großen turm sein ja großer turm oben bei der leiter geht die leiter hoch geht die leiter hoch so jetzt hinter der bombe bisschen zucht mehr lassen ja tätscher zermatt ich höre von euch keine drohen kreuz im ist drohen fahren weil die trotzdem beide kaputt habe ich gesagt gut dann müsst ihr arbeiten ja ich habe nichts im klo hier die wand auf tätscher los komm her die wand aufmacht oder sprengen damit einer ist armory schlafzimmer frei eisenbetten aufrei hinter dem schrank ist frost markiert zwischen den zwei fenstern steht der kassel ich hab verkackt und wenn etwa unten noch da brauchen wir noch nicht weiterspielen die snacken und wenn die tisch ein schwarz alter kann nicht mehr schatz nicht klarer geben Vielen Dank. Protect the bombs. Razorwire, going up! It's up the floor here! I want another one out here. One wall is missing. Let's go through here. One wall is missing. One wall is missing. One wall is missing. No chance. Three drones behind me. So it needs to happen. I can't move myself. One wall is missing. One wall is missing. Dropper, get off. Okay, so... das ist wenn ich gleich pushen es gibt ob das der andere sitzt in der drohne auf der treppe verletzt du sledge ist auf der treppe wer ist jetzt verletzt ich bin sonst gänzen wir rauf 2 hp der plantet man ich habe es gesehen wo ist der diffuser da in die ecke guck da ich habe den callout nicht verstanden ich dachte der ist verletzt auf der treppe ja das deutlich formulieren bitte es gibt dann ich bin verletzt er ist verletzt oder double down und vor allem arbeitet bitte daran dass ihr calls auch ein bisschen ihr habt ja nun mal mit der sprache ein wirklich gutes instrument dass ihr die calls halt auch nach wichtigkeit sortiert von wegen wie ich bin verletzt ist jetzt kein call den du einfach mal so im 08 15 gesprächs zum bringst sondern bin verletzt brauche hilfe oder das müsst ihr in der sprache rüberbringen also du kannst auch in einem dynamischen spiel nicht auf jeden call im gesprächs zum reagieren du musst sie ein bisschen abheben muss jetzt auch nicht gleich jeden call brüllen aber versucht also ein bisschen eine wertung mit reinzubringen so wo steht die drohne hier zum küche gucken ich habe meine speisekammer gesichert ist auch die letzte lebende die einzige die noch lebt drohnen safe manners hier gerade wendet ich bin im störsende bei den toiletten müssen störsende die nächste käme direkt abgefahren eine käme ist mehr nur dann wirst du eine granate auf dem dropper und dann gehst du mit pushen mag speisesaal jäger kem down ich treffe den kopf ich versuche den dropper aufzunehmen ja küche habe ich jäger die anderen dropper aufzunehmen das wird nein aber es ist was auch nicht wie es aussieht da drin das ich glaube ich nicht mal gemacht bitte öffnen durch sind auf ich bin ich bin gleich vorne und mache stress ja los feuer es hat uns jetzt junge junge Das Dropshot braucht ihr euch nicht abgucken, es geht erstmal einfach ums einfache aim. Dropshotten kann man machen wenn man es am Ende, bei alles andere konzentrieren kann, das macht man einfach sein Ball. Nämlich den Fokus auf Dropshotten legen und Zweikämpfen bitte. Nur weil es vielleicht abfuckt wie der geil aussieht oder so. Die Bombs! Die Bombs! Die Bombs! Die Bombs! Die Bombs! Die Bombs! Das letzte Mal ist es noch woanders hingehen, welche soll sich sonst noch schnippen? Naja, du stehst da gut, das ist gut, ich gehe mal nass. Die Bombs! Ich weiß nicht wo ich hin soll. Nur bei mir sind die Fenster offen. Ich glaub sie haben nicht gedronend. Wir haben ein Glas! Viele Drohnen haben die denn 10 auf einmal? Die machen jetzt unter mir auf die Fenster, ja ich kann Kinderschlaf nicht mehr halten, es gibt keinen Safe-Spot mehr. Waffenlager? Na super, Kinderschlaf, Smokes. Open Down, schlafst du in der Treppe? Back, halbes Leben. Waffenkammer am Fenster. Boah, Kinderschlaf schon drin. Ja, bin down. Komm, Waffenkammer rein. Ja, Gläschen vor dem Schrank, On-Spot. Wie viel Pech, ja, Redminein. Wie viel Pech, ja, Redminein. Wie viel Pech? BITTE CALLT, WELT, FALT, BITTE! Ich war noch im Waffenlager und denk mir alles gut, die sind noch draußen vorm Fenster. Auf einmal seh ich nur in der Abschlusscamp, steht der Glas irgendwie vorm Schrank schon On-Spot im Gang. Ich hab irgendwie keinen Callout mitgekriegt. Wirklich jetzt mal Jungs, da muss echt ein bisschen mehr. Auch irgendwie so Selbstverständnis, irgendwie das was sonst auch immer passiert ist irgendwie überhaupt nicht. Das war nicht gut. Wir sind nicht eingespielt, aber es ist halt ein anderes Niveau, wenn wir hier Bombe spielen. Es kommt ja aus kleinen Sachen an. Ich hab das ja vorhin schon gesagt, die letzten drei CWs, die wir jetzt haben, diese Saison sind nicht ganz so wichtig. Jetzt hauptsächlich ums Einspielen aufgestiegen.